Ich würde jetzt vorschlagen, wir gucken mal rein und wenn wir es uninteressant finden, wobei ich finde es immer geil, weil da kommen wir viel ins Diskutieren. Wir gönnen uns jetzt Calcio Berlin, das Q&A mit Niklas Levinson. Der Mann, der im Sympathie-Ranking Hertha vor Union gestellt hat und das in dem größten Unionheim überhaupt, das werde ich ihm nie vergessen im positiven Sinne. Wir gehen rein. 43 Minuten geht es. Ich habe keine Ahnung, was die Themen sind, außer dass hier Van de Beek steht. Das sind ja immer ganz viele Themen. Ich freue mich. Let's go. Und wir gucken, da entstehen ja immer coole Diskussionen. Gut, aber Frankfurt mit Bobic als Manager mit den ganzen Osteuropäern in der Offensive war anders krass. Ja klar. Das war wirklich krass. Das war ja auch das, was wir uns erhofft haben, als er zu uns gekommen ist. Bobic. Gute, 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 gute. Und herzlich Willkommens. Okay. Was ist denn jetzt los? Ersten Folge fragt Calcio im Jahr 2024. Normalerweise würde hier der Werteherr Nico Heimer sitzen. Der ist aber krank, aka krank. Also wirklich so, dass er hier eben nicht sitzen kann. Der braucht aktuell viel, viel Bettruhe, Honig und Tee. Dann wird er auch schnell wieder gesund. Also einmal gerne eine gute Besserung in dem Chat, aka die Kommentare. Und in der Zeit sitze ich stellvertretend hier und führe euch. Irgendwie sieht dieses Sweatshirt, was er anhat, aus wie so ein Raumanzug von so einem Science-Fiction-Film, oder? Es hat ein bisschen was davon, weil es so ganz glatt und gerade ist und so eng anliegend mit so einem Rollkran. Könnte auch von, jetzt steinigt mich nicht, wenn ihr diese Sendungen, Filme feiert, aber es hat ein bisschen was von Star Trek. Durch die ersten Fragen des neuen Jahres. Ja, Nico hat Brückentagsgrippe. Wieder mal ein paar sehr, sehr gute dabei gewesen. Die erlesensten, die besten Fragen. Die habe ich mir ausgesucht, sowohl aus dem YouTube-Community-Tab, als auch bei unserem Discord-Server, wo ihr eben dabei sein könnt, wenn ihr unter anderem zum Beispiel Supporter bei Patreon oder bei Twitch seid. Bevor ich es vergesse, vielen Dank für 200.000 Abonnenten auf diesem Kanal. Ich hoffe... Skispringer auch ein bisschen, ja. Skispringer-Style auch ein bisschen. Ganz herzlich, dein Michael. Liegt an der Hintergrundbeleuchtung. Nee, ich finde eher, das ist das Oberteil. X-Forza, X-Milan, danke für deine Stufe 1. Oh, 22 Monate am Start. Liebe geht raus. Christoph Kröger hält sein Versprechen ein und färbt sich die Haare blond. Oder macht sich eine Glatze. Eins von beiden habe ich auf jeden Fall behauptet. Und es wird sicherlich noch ein 200k-Special geben. Wir sind bisher noch nicht dazu gekommen, dieses in irgendeiner Form zu produzieren. Aber... Gibt es neue Ibo-Vlogs? Kann ja eigentlich nicht sein. Ist ja nichts mehr passiert, oder? ...durch überraschen. Und wir starten rein mit der ersten Frage des Tages von Niklas. Von Niklas. Gude. Welchen... Die haben ja einen wilden Cutter. ...eher unbekannten Spieler traust du dieses Jahr den Durchbruch zu? Und welchen Spielern, die sich bereits einen Namen gemacht haben, traust du einen großen Entwicklungssprung zu? Liebe Grüße aus der Stadt mit den größten Bund-Sandstein-Höhle-Europas. Mit der größten Bund-Sandstein-Höhle-Europas. Ida Oberstein. Das hat er doch gegoogelt. Als ob er das vorher wusste. Habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Welchen Spielern? Ich weiß jetzt nicht. Weltweit oder in der Bundesliga? Also Spieler, die sich bereits einen Namen gemacht haben, traue ich einen großen Entwicklungssprung zu, ist bei mir... Gruder. Da bin ich ein sehr, sehr großer Fan von. Oder... Wenn man jetzt von einer Bundesliga redet, die sich schon einen Namen gemacht haben, Paco. Dieses Jahr den Durchbruch... Hm. In der Bundesliga. Wenn sie jetzt nicht wieder irgendwelche sinnlosen Spieler denen vor die Nase setzen, dann von Bayern. Pavlovic. Dem würde ich es richtig krass zutrauen irgendwie. Auch wenn ich den nur ein, zweimal spielen sehen habe. Und in der zweiten Liga traue ich bei uns Ibo Maser den Durchbruch noch zu. Und einen großen Entwicklungsschritt traue ich Christensen und Winkler zu. Und den nächsten großen Entwicklungsschritt traue ich auch noch mal Paul Wanner zu. Der hat mir in der Hinrunde schon gut gefallen. Die Bayern-Leihgabe an Elversberg. Wen hätte ich in der ersten Liga noch so... Wer hat mir noch gefallen von den Talenten? Ich fand diesen... Vielleicht setzen die ja auf den. Ich meine, Deal kriegt ja jetzt auch eine Chance bei Köln. Wie heißt denn der andere noch mal? Der hat schon ein paar Mal gespielt. Ich vergesse immer seinen Namen. Das andere Stürmertalent von Köln. Nicht Justin Deal. Sag mir mal seinen Namen. Den traust du? Tiag sehe ich schon gar nicht mehr als Talent. Obwohl er eigentlich noch eins ist. Tiag natürlich. In der zweiten Liga. Tiag Ernst. Wie heißt denn dieser Stürmer? Heißt der Brown? Dem traue ich eigentlich auch noch was zu. Mario schreibt gerade, Ida Oberstein liegt, glaube ich, in der Pfalz. Weswegen es gut sein kann, dass er das als Lauterer wusste. Okay, das kann natürlich sein. Dann hat er es vielleicht nicht gegoogelt. Das kann sein. Aber ich wüsste auch nichts, was... Ja, hier so in Brandenburg. Wenn in Brandenburg die größte Bunt-Sandstein-Höhle Europas wäre. Na gut, vielleicht hätte ich es mitbekommen. Ah, Downs heißt der. Danke, Downs. Ich vergesse immer seinen Namen. Downs. Dem traue ich irgendwie auch was zu. Wenn er wieder zurückkommt. Nelsen-Weiper natürlich. Wen haben wir noch? Pavlovich, Gruda. Downs, Deal. Ida Oberstein liegt nicht in der Pfalz. Boah, jetzt gehen hier die Diskussionen los. Ich vertraue doch einfach nur darauf, was ihr mir sagt. Ja, ansonsten... Ich würde erst mal mit denen Namen gehen. Mal gucken, ob er das jetzt weltweit bezieht. Den Spieler habe ich mitgebracht. Einer, der noch unbekannter ist und glaube ich dabei ist, gerade seinen Durchbruch hinzulegen. Und einer, dessen Name schon bekannter ist, der aber jetzt dieses Jahr vielleicht bereit ist für einen großen Entwicklungssprung. Der erste Spieler kommt aus der Serie A, denn die Serie A ist wahrscheinlich... Nein, sie ist nach der Bundesliga meine Lieblingsliga und auch die Liga, die ich nach der Bundesliga am meisten verfolge. Und der Spieler hört auf den Namen Riccardo Calafiori. Sehr schöner Name auch. Ich verfolge irgendwie italienische Liga gar nicht mehr. Also verfolge ich noch weniger als Premier League. Und auch ein sehr schöner Mann. Und das ist ein... Aber mehr als La Liga. 21-jähriger Innenverteidiger. Tatsächlich ist das jemand, den habe ich mir im Sommer schon mal ausgiebiger angeschaut. Da hat er noch bei Basel gespielt. Und der war immer mal wieder kurz davor, in Shopping-Guide-Formaten des vergangenen Jahres im Sommer aufzutauchen. Unter anderem so Stuttgart, Gladbach, Bremen waren so die Vereine, für die ich mir den Mann angeschaut hatte. Und der ist stattdessen von Basel für, wie ich finde, auch einen bezahlbaren Preis von 4 Millionen Euro zu Bologna gewechselt. Die ja so wahrscheinlich die Überraschungsmannschaft der laufenden Serie A-Saison sind. Da in den Top 5, Top 6 munter mitspielen und das richtig gut machen. Und Calafiori ist ein Spieler, ein Verteidiger erstmal, der sehr, sehr gut in das Anforderungsprofil des modernen Abwehrspielers passt. Er ist 1,88 groß, aber eher schlank, drahtig, würde ich sagen, von der Statur. Und hat eine gute Beweglichkeit und Athletik, die dafür sorgt, dass er eben sowohl Innenbahn als auch Außenbahn gut verteidigen kann. Er kommt ursprünglich aus der Jugendabteilung der Roma, glaube ich, und hat unter anderem bei Basel viel auf der linken Seite gespielt, sogar linke Schiene gespielt, also als eine Art Wingback, nicht als klassischer Linksverteidiger. Beides schon gemacht. Bei Bologna spielt er hauptsächlich als Innenverteidiger und hat, glaube ich, in der aktuellen Saison, ich schaue mal gerade nach, 13 Mal in der Startelf gestanden in der Serie, ja, und das eben eigentlich als Innenverteidiger. Und das Spannende an ihm ist eben, dass er so gut zu diesem modernen Abwehrspieler-Typus passt. Das sehen wir ja ganz, ganz häufig mittlerweile, dass ein Verteidiger in der Lage sein muss, sowohl Innen- als auch Außen verteidigen zu können, also ein guter Innenverteidiger. Kenne ich ehrlich gesagt gar nicht, muss ich mir mal angucken. Wenn wir jetzt von Weltwald reden, der schon einen kleinen Namen hat, dem ich mehr zutraue, kennt ihr De Kuiper. Der ist von FC Brügge, ich weiß gar nicht, der war letztes Jahr verliehen. Ich kann euch aber nicht mehr sagen, wo der in Belgien gespielt hat. Hat eine fantastische letzte Saison gespielt, ist eigentlich linke Schiene, linker Verteidiger, aber sehr, sehr offensiv, kann auch linker Flügel spielen. Dieses Jahr dann bei Brügge auch durchgesetzt als Stammspieler nach seiner Laie. Belgier, ich glaube, der ist 22 Jahre, den finde ich richtig geil. Den habe ich mir schon ein paar Mal angeguckt, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Bin ich mal gespannt, welcher internationaler Klub, vielleicht Premier League Klub, da wieder zugreift. Vielleicht was für den BVB, aber der ist, glaube ich, zu offensiv für das, was der BVB sucht. Und vielleicht auch noch nicht die Soforthilfe in der Bundesliga und Champions League. Bei Westerloh, genau. Westerloh war der. Den fand ich richtig gut. Was gerade sehr, sehr gefragt ist und Calafiori. Ah, der ist schon ein bisschen bekannter. Lernt gerade in Bologna, bei Bologna, wahrscheinlich von einer der spannendsten Traineraktien Europas. Thiago Motta ist der Trainer, der ja vor gar nicht allzu langer Zeit seine Spielerkarriere beendet hat. Ein großer Stratege gewesen ist und das auch definitiv als Trainer bereits zeigt. Bologna lohnt sich auf jeden Fall anzugucken. Super empfehlenswert. Einige spannende Spieler dabei. Calafiori ist nur einer davon. Joshua Sirksi zum Beispiel ein anderer, der da richtig, richtig durchstartet. Und ich glaube, bei Calafiori ist es nur eine Frage der Zeit, bis er auf dem Radar von größeren Vereinen auftaucht. Wie gesagt, er ist 21 Jahre alt, lernt gerade unter sehr guten Umständen und entspricht sehr, sehr stark dem, was ein moderner Abwehrspieler mitbringen muss. Deswegen, ich glaube, Bologna dürfte für ihn nur eine Zwischenstation sein. Und der andere Spieler ist ein Däne. Das sind die zwei Dinge, wo ich mich einigermaßen mit auskenne, außerhalb der Bundesliga-Serie A und Däne. Und er wird auf den Namen Andreas Goh-Olsen, der ja auch tatsächlich Bologna... Ey, der war letztes Jahr bei Hertha im Gespräch. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Ich glaube, sogar letztes Jahr im Winter. Ich glaube, der ist Flügelspieler. Ja, den habe ich mir letztes Jahr viel angeguckt. Der war ein paar Mal bei Hertha im Gespräch. Oder wurde öfter mal erwähnt von verschiedenen Medien. Der hatte echt ein interessantes Profil. Ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt ist. So 24 vielleicht? Interessanter Mann. Kann ich mich noch genau daran erinnern. Vergangenheit hat, das war damals sein Wechsel raus aus der Dänischen Liga. Den hatte Niklas bei seinem BVB-Shopping-Guide als Benzibaini-Ersatz. Wen jetzt? De Kuiper? Zu Bologna. Und das hat nicht nachhaltig funktioniert. Das war, glaube ich, ein bisschen zu früh und ein bisschen zu groß, der Schritt. Er ist dann gewechselt von Bologna fest zum FC Brügge nach Belgien. Und macht das da mittlerweile... Nee, du verwechselst ihn mit Sko, glaube ich, von Hoffenheim. Sehr, sehr ordentlich. Also in der aktuellen Saison bestätigt er so ein bisschen die Leistungen aus 2022, 2023, die auch schon vielversprechend waren. Steht, glaube ich, mit acht Toren und drei Vorlagen in der Liga da. In 19 Spielen hat er noch zwei Tore und zwei Vorlagen in fünf Conference-League-Spielen beigesteuert. Und er ist gerade 24 Jahre alt geworden. Ja, ganz ehrlich, auch wenn der letztes Jahr gekommen wäre, der hätte sich... Oder war das vorletztes Jahr, wo der bei uns im Gespräch war? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber der hätte sich bei uns in diesem Team sowieso nicht entwickelt. So ehrlich können wir auch sein. Groß war er schon immer. Ist, glaube ich, 1,87 groß. Und mittlerweile sieht er so aus, als wäre sein Körper oder wäre er von der Physis her endlich auch in diese 1,87 reingewachsen. Der hatte die Größe zwar, aber war jemand, der auf jeden Fall für die Serie A nicht robust genug gewesen ist und körperlich noch nicht weit genug war, um sich in dieser Liga durchzusetzen. Das sieht mittlerweile anders aus. Und das Spannende an Sko Olsen ist, dass er ein Fähigkeitenpaket mitbringt, das ihn sowohl als Torschützer, als auch als Vorbereiter interessant macht. Er hat einen super starken linken Fuß und macht das auch super gerne vom rechten Flügel invers, wie man so schön sagt, nach innen zu ziehen. Also eigentlich einen klassischen Arjen Robben zu machen und dann mit seinem wirklich, wirklich starken linken Fuß Abschluss zu suchen. Also seine Schusstechnik ist überraschend. Frederik Björk, ein absoluter norwegischer Geheimtipp. Ich hatte mir den mal angeguckt. Ich glaube, der ist auch wieder kompletter Stammspieler bei, wie hießen die nochmal? In Norwegen. Bei Bodo Glimt. Hat auch seinen Marktwert wieder gesteigert. Ja. Der spielt. Und zwar von Anfang an. Aber norwegische Liga ist halt nicht Bundesliga. Zwölf Länderspiele hat er jetzt auch schon ein Tor. Der kam bei uns auf neun Bundesligaspiele. Ich weiß noch, als er das erste Mal gespielt hat gegen Bayern. Da dachte ich, könnte echt was sein. Und wenn er den Ball trifft, dann ist da richtig Gift dahinter. Da ist richtig Tempo hinter den Bällen. Also super abschlussstark, wie ich finde. Aber ist eben beidfüßig genug. Hat echt auch einen guten rechten Fuß, um im Gegensatz zu Robben vielleicht nicht zu sehr darauf angewiesen zu sein, immer den Weg nach innen zu suchen. Sondern, das macht ihn auch ein Stück weit weniger berechenbar, auch auf der Außenbahn vorbeizugehen und dann eben mit dem rechten Fuß brauchbare Hereingaben, Flanken nach innen zu schlagen. Und ja, wenn man in seine Statistiken reinschaut, er ist ein hervorragender Ballschlepper. Also alles, was so Progressive Carries angeht, progressive Meter, die er mit Ball überbrückt, wie er den Ball eben ins letzte Drittel auch reinträgt. Da ist er überragend gut. Tolle Statistiken. Und ist, glaube ich, jemand, der bereit wäre, jetzt im Sommer nochmal einen Schritt zu machen, nochmal einen zweiten Versuch zu wagen in der europäischen Top-Liga. Ich glaube, es gibt da zwei Möglichkeiten. Es gibt für mich so Vereine vom Kaliber, stellvertretend, sage ich jetzt mal, Borussia Dortmund, ohne zu sagen, dass er da hingehen sollte. Ich weiß auch nicht, ob es ideal wäre, sowohl für Spieler als auch für Vereine. Aber so Kaliber Borussia Dortmund, glaube ich, wo er mittlerweile weit genug wäre, um zu sagen, da hat er Stammplatz aussichten. Und dann gibt es eben Vereine, die vielleicht nochmal ein Regal drüber sind, von ihrer aktuellen Kaderqualität her. Also ich könnte mir jetzt gleich vorstellen, dass er bei Arsenal ein guter Rotationsspieler wäre. Jemand, der mal dafür sorgen könnte, dass ein Bukayo Saka auch mal ein Spielpause machen kann. So jemand eben. Aber für Wechsel dieser Kragenweite wäre er, glaube ich, bereit. Und ich glaube, allzu lange wird er nicht mehr in Belgien spielen, hat eben den nächsten großen Schritt vor sich. So viel dazu. Das war Frage 1. Frage 2 kommt von Julio Jones, der will, dass ich in die Glaskugel schaue. Julio Jones 5 4 6 6. Moin. Hab mir zuletzt eine alte Folge Sektion Radioverbot von März 2022 angehört. Verdammt lang her, wie Bapp sagen würde. In der ihr prognostiziert habt, welcher Trainer zur Saison 2022-23 bei den damals aktuellen Bundesligisten im Amt ist. In Klammern. Für diese relativ kurze Zeitspanne gab es erschreckend wenige Treffer. Aber Zwinker, Zwunker, Smiley. Daher die Frage, welche Trainer werden bei folgenden Teams zur Saison 25-26 an der Seitenlinie stehen? Also, wir sind jetzt in 23-24. Dann kommt 24-25. Und danach kommt 25-26. Also was? Aus der Bundesliga? Wer ist in anderthalb Saisons Trainer bei den Vereinen, die hier eben gefragt sind? Ist natürlich super schwierig, weil so viel passieren kann. Aber ich glaube, ich habe es vielleicht gar nicht so schlecht getroffen. Zumindest mit Leuten, wo ich glaube, das ist möglich und nicht total abwegig. Es sind einige Vereine, die wir jetzt deswegen mal ein bisschen durchrattern. FC Arsenal. Könnte ich mir vorstellen, es sei denn, es kommt eine neue Aufgabe auf ihn zu. Oder er wird mal Meister, glaube ich, dieses Jahr irgendwie nicht. Da sind zu viele Patzer mit dabei zwischenzeitlich, wo sie dann auf Platz 1 rücken könnten. Könnte ja auch mal so ein Nachfolger von Pep Guardiola werden, wenn der mal bei City geht. Oder eben auch in Spanien interessant sein, dass er darauf mal Bock hat. Voll schwer zu beantworten. Aber würde ich nicht ausschließen, dass er das so lange durchhält oder dass Arsenal ihn so lange haben will. In der Bundesliga würde ich nur Streich sagen. Tuchel würde ich nicht sagen. Xabi Alonso sowieso nicht. Terzic nicht. Was kommt dann? Vielleicht Dino Topmeller ist aber zu früh zu sagen. In der Bundesliga jetzt auch, wo Urs Fischer weg ist, würde ich wirklich nur Streich sagen. Vielleicht noch sowas Unerwartetes wie Thomas Lettsch oder so bei Bochum. Oder wenn Heidenheim dann noch in der Bundesliga ist, Schmidt. Das wären vielleicht so Kandidaten. Nach wie vor Ateta. Ich glaube, der wird da eine Ära prägen. Eine sogenannte. Und ich glaube 25, 26, also in anderthalb Saisons, ist Mikel Ateta noch aktuell. Barcelona. Habe ich jetzt mal mich für Michel entschieden, der aktuell Trainer bei der Überraschungsmannschaft. Kann ich zu wenig zu sagen. Bin ich zu wenig im Thema. Girona ist und Girona liegt ja auch in Katalonien, also ist gar nicht so weit entfernt. Und wenn Michel diesen Erfolg, dieser... Achso, er soll jetzt sagen, wer da landet. Achso, so. Wer dann zu dem Zeitpunkt dann da sein wird. Okay, verstehe. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Barcelona für Mikel Ateta interessant noch wird. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Nee, Mikel Ateta hat da nicht gespielt. Der war bei Everton und Arsenal, oder? Aber der war da Co-Trainer, glaube ich, mit... Nee, das war Manchester City, wo er Co-Trainer war. Doch, der hat bei Barcelona gespielt. Und kommt aus der Jugend. Dann sage ich, Mikel Ateta ist da 2025. 20-20. ...Geschichte mit Girona weiterschreibt, empfiehlt er sich vielleicht auch für höhere Aufgaben. Ich meine, Ernesto Valverde hat sich ja auch über die Credentials Bilbao letztendlich für Barcelona empfohlen. Hat das dann zumindest in der Liga da auch erfolgreich gemacht. Also warum nicht? Real Madrid, super schwierig. Carlo Ancel... 25-26, naja, Ancelotti hat jetzt verlängert. Würde ich Ancelotti sagen, dass das dann durchgezogen wird. Vorher hätte ich gesagt, Xabi Alonso. Ancelotti hat gerade erst seinen Vertrag verlängert. Das macht es für mich so ein bisschen unwahrscheinlicher, dass das die nächste Station von Xabi Alonso werden könnte. Zumindest unmittelbar. Und deswegen sage ich, Simone Inzaghi. Simone Inzaghi wird dieses Jahr mit Inter verdientermaßen den längst überfälligen Scudetto gewinnen. Und ist einer der unterschätzendsten, weil definitiv besten Trainer Europas. Und ich glaube, wäre jemand, der nach Inter, ähnlich wie Mourinho damals, bereit wäre für den... Ich glaube, Ancelotti erfüllt seinen Vertrag, wenn der jetzt bis 26... Der hat doch bis 26 verlängert, oder? Zur Real Madrid. Manchester United wird ebenfalls von einem Italiener trainiert werden in 25, 26 von Francesco Farioli. Der vielleicht noch die kommende Saison mitnimmt als Erfahrungswert bei Nizza. Manchester United oder Chelsea werden so eine Klubs, die die Serbi dann holen von Brighton. Und das funktioniert dann trotzdem nicht. Naja, aktuell auf Kurs ist, sich vielleicht für die Champions League zu qualifizieren. Ja, Transfer-Update haben wir schon geguckt. Superspannende Trainer-Aktie. Und was das wahrscheinlich machen könnte, ist, dass Nizza eben... Ja, Girona-Trainer. Wie heißt der nochmal? Wie gesagt, ich bin La Liga nicht drin, aber der wird definitiv zu irgendeinem Top-Klub dann gehen irgendwann. Vielleicht wird man auch ihn. Ist ja City Group, vielleicht ist das auch ein möglicher Nachfolger für Manchester City. Für Pep Guardiola. Auch, glaube ich, unter dem INEOS-Dach steht, wie Uniteds sportliche Abteilung inzwischen auch. Also der Dienstweg oder die Verbindung Nizza-United, die könnte in den kommenden Jahren relativ kurz werden. Und von daher halte ich das für möglich. Manchester City. Da ist eben die große Frage, ist Pep in anderthalb Jahren noch da oder eben nicht? Ich glaube, irgendwann ist Schluss. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht nächste Saison die letzte Pep-Saison bei Manchester City ist. Und sage, wenn er geht, wird er viele Italiener auf den Top-Stunden unterwegs. Von Roberto De Cerbi beerbt. Könnte ich mir vorstellen, wäre er ein guter Fit für Manchester City. Würde ich für spannend halten. Wenn Guardiola Geschichte sein sollte, ist De Cerbi, glaube ich, ein möglicher Nachfolger-Kandidat. FC Bayern, Xabi Alonso. Ich glaube, bevor er Real macht, macht er den Zwischenschritt, macht das umgekehrt. Wollte ich gerade sagen, ich habe das auch voll verpeilt, als wir das Video gestern gemacht haben. Dass er ja angeblich so eine Ausstiegsklausel für Bayern, Liverpool und Real Madrid haben soll. Wenn Xabi Alonso Bock hat auf Liverpool, vielleicht geht dann auch Klopp zu Bayern. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn Bayern nicht Meister werden sollte, oder es keine erfolgreiche Saison wird, dass es nach der Saison vorbei sein könnte für Tuchel. Aber vielleicht wird es ja eine erfolgreiche Saison. Meister-Dieter traue ich ihnen trotzdem noch zu, dass sie das auf letzter Linie irgendwie noch holen. Ja. Habe ich doch gerade gesagt, dass wir Transfer-Updates schon geguckt haben. Hertha BSC ist love. Zu seiner Spielerkarriere, wo er ja erst bei Real war und dann bei den Bayern. Und ich sage, Thomas Tuchel macht noch das nächste Jahr als Bayern-Trainer. Deswegen wäre ja für mein Take für Manchester City vielleicht auch Mikel Ateta. Danach ist aus irgendwelchen Gründen Schluss, irgendwelchen Gründen Schluss, so rum ist richtig, die Umlaute auch richtig setzen. Und dann übernimmt Xabi Alonso beim FC Bayern, bevor er dann später irgendwann mal sicherlich noch Trainer von Real Madrid wird. Borussia Dortmund wird dann trainiert von Julian Nagelsmann. Das wird schon deutlich früher passieren. Nagelsmann macht nur die Europameisterschaft für Deutschland. Oder Nuri Sahin. Und danach übernimmt er das Ruder beim BVB. Juventus Turin macht das, was sie immer machen. Sie setzen auf Max Allegri. Ich glaube, die werden weiterhin relativ unkreativ auf der Trainerposition bleiben. Ich glaube aber auch, dass Allegri vielleicht im nächsten Jahr nochmal Richtung Scudetto angreift. Dieses Jahr sind sie ja auch in der Verlosung. Also kann auch dieses Jahr schon passieren. Aber jedenfalls Allegri bleibt. FC Chelsea, Thomas Frank. Chelsea ist aktuell eine Mittelfeldmannschaft in der Premier League. Aber bei Brentford läuft diese Saison auch nicht so gut. Haben natürlich auch zu kämpfen. Wegen der Sperre von Ivan Toni unter anderem. Aber läuft nicht ganz so gut dieses Jahr. Aber ist trotzdem ein sehr guter Trainer. Wobei Chelsea sind wahrscheinlich in der Zeit nochmal drei. Trainerwechsel. Kann man es nicht sagen. Trotz der vielen Großinvestitionen. Thomas Frank hat bei Brentford einen insgesamt bisher überragenden Job gemacht. Und irgendwann, glaube ich, wird für ihn der nächste Schritt anstehen. Und ich könnte mir vorstellen, da Chelsea so unberechenbar ist, dass das eben eine Adresse werden könnte, wo er landet. Inter Mailand. Die werden dann eben von Thiago Motta trainiert. Thiago Motta ist jemand, der ein Kandidat sein könnte in 25, 26 für Barcelona, für Inter. Das ist ja auch beides Verein, bei denen er schon Trainer gewesen ist. Auch für PSG. Ich sage, er wird nach Bologna und nachdem Inzaghi sich nach Madrid verabschiedet, bei Inter übernehmen. Und die Sache dort auch nicht wesentlich schlechter machen. HSV, Steffen Baumgart, das könnte sogar... Hat nicht Steffen Baumgart sogar gesagt, er wäre bereit? Oder war das wieder einfach nur hochgetrabt von den Medien? Habe ich irgendwo gelesen, er wäre bereit für den HSV-Job. Vom Bart her, wenn er sich dem wieder wachsen lässt, dann sieht er ja schon mal nicht so groß anders aus wie ein Tim Walter. Wäre ein übelst anderer Fußball für meine Begriffe als Tim Walter. Könnte aber wahrscheinlich mit dem Umfeld gut umgehen. Baumgart. Also dahingehend könnte es passen, aber dann müsste der HSV sich, glaube ich, ganz schön umstellen. Weil sie extrem viel, auch in der Jugendarbeit und so, wie ich gelesen habe, auf den Tim Walter-Ball zugeschnitten haben. Zeitnah passieren, Prognose... Der ist HSV-Fan? Ich dachte, der wäre Union-Fan, Baumgart. Von mir. Tim Walter wird im Frühjahr entlassen und Steffen Baumgart übernimmt dann beim HSV und führt den HSV in einem tollen Endspurt zurück in die Bundesliga. Bayern 04 Leverkusen. Hürzeler. Nachdem sie Xabi Alonso verlieren, clever agieren, wie sie es unter Simon Rolfes seit eh und je machen. Und werden den Trainer holen, der eine Etage drunter einen sehr, sehr ähnlich anmutenden Fußball spielen lässt. Und Fabian Hürzeler wird der nächste Trainer von Bayer Leverkusen. PSG, Antonio Conte, die werden doch mal versuchen, einen... Wenn der HSV... Ey, der HSV mit Baumgart-Fußball, dann brauchen sie aber auf jeden Fall kein... Also dann brauchen sie andere Spieler. Für den Flügels. Ich sag's mal so. ...sogenannten Gewinnen, um jeden Preistrainer zu holen. Deswegen Conte landet da. Und das DFB-Team, was dann ja auch in ein WM... Jürgen Klopp. ...reingeht, das wird trainiert. Achtung von Ralf Hasenhüttl. Ich muss sagen... Ich dachte, der will keinen Trainer mehr machen. Trainerposten neu zu besetzen, fand ich unheimlich schwierig von der Fantasie her. Oder zu sagen, wer das machen wird. 25, 26. Ich glaub nicht Nagelsmann. Ich glaub, der hat zu große Ambitionen noch als Klubtrainer. Und ich sage einfach mal Ralf Hasenhüttl, weil auch wenn er Österreicher ist, wäre er zumindest deutschsprachig. Zum Abschluss noch schreibt der Mann hier... Liebe Grüße aus Südhessen. Und auf ein erfolgreiches Kalenderjahr 2024. Danielu1401. Gebt uns eure Hot-Takes für die Rückrunde. Egal ob national oder international. Frohes Neues. Ich habe drei Hot-Takes mitgebracht. Einen international, einen Bundesliga und einen zweiten Liga. Also wie ich finde, eine gute Mischung. Er sagt, bei Hot-Take zweite Liga hoffentlich, Hertha steigt noch auf. Bundesliga-Hot-Take. Dortmund kommt nicht in die Champions League. Und was hat er noch gesagt? International? Ist das so ein krasser Hot-Take? Liverpool wird deutscher... Ne, deutscher Meister werden sie nicht. Das wäre wirklich ein Hot-Take. Liverpool wird englischer Meister. Ah, das ist kein Hot-Take. Das wäre ein Hot-Take in England. Ersten Willer wird englischer Meister. Das wäre ein Hot-Take, aber das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, was du gegen Jata als Flanken hast. Weiß ich auch nicht. BVB schafft die Champions League nicht, ist doch kein Hot-Take. Okay, BVB schafft die Champions League noch, weil Platz 5 Champions League ausreichend ist. Und ich sage, die Spielvereinigung Gräuter-Fürth, die aktuell das sogenannte Gegner... Ne, gehe ich nicht mit. Nur weil er heute ein grünes Sweatshirt anhat, ne. Wort, jemand in Fürth ja auch... Ersten Willer kommt in die Champions League wäre auch schon ein Hot-Take, aber die machen es ja bisher gut. Ist manchmal ein anstrengender Fußball, aber ein sehr effektiver und ekliger Fußball für alle gegnerischen Vereine. Er sagt, das ist das strengste Verbot und Fürth liegt aktuell auf dem fünften Platz in der zweiten Liga mit vier Punkten Rückstand auf dem direkten Aufstiegsplatz, aber relativ nah dran am HSV, die Dritter sind. Und ich sage, Fürth landet in der Top 3 und das begründe ich damit, dass ich Alexander Zorniger sehr, sehr lieb habe, aber eben auch... Oh, das Rondo TV. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass ihr heute streamt. Danke für euren Rate. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Stream. Wir gucken hier gerade Q&A und geben zwischenzeitlich unsere Meinung immer zu den Fragen ab, als ob die Fragen uns gestellt wurden. Ja, schön, dass ihr hier seid und morgen bin ich ja mit Benni schon wieder hier online um 21 Uhr. Freue ich mich schon ganz doll drauf. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream und Grüße gehen natürlich raus an, ich weiß gar nicht, wer heute dann bei euch am Start war, aber wahrscheinlich auch Benni und Flo. Und für euch alle auch nochmal ein frohes neues Jahr. Fürth nach Expected Points aktuell auf dem zweiten Platz stehen würde. Also es ist eine Mannschaft, die ihre Punkteausbeute bisher unterperformt. Was habe ich gesagt? Ich habe, glaube ich, Fürth jetzt in der Zweitliga-Prognose heute auf 8 getippt. Sie haben es zwar hinbekommen unter Zorniger, diese Schwankungen abzustellen, aber irgendwie glaube ich, diese Schwankungen kommen wieder. Im Gegensatz zum Beispiel wie Kiel, die Tabellenführer sind, aber eben dort drüber liegen. Und sie haben eben auch nach St. Pauli die zweitbeste Defensive der zweiten Liga und Defense wins bekanntlich Championships. Also sage ich, Fürth wird Top 3 abschließen in der zweiten Liga. Nee, gehe ich nicht mit. Ein kleines bisschen hot, wenn man bedenkt, dass sie aktuell eben Fünfter sind und es andere Mannschaften sind oder gibt, die dort größeren Favoritenstatus haben. International, Rasmus Heulund, der bisher ein Tor gemacht hat in der Premier League, wird die Premier League-Saison mit einer zweistelligen Anzahl an Toren beenden. Ja, ist das trotzdem ein Hot-Take für einen Stürmer? Der hat ja immer noch, wie viele Premier League-Spiele sind noch ausstehend? Und man muss sagen, bei Sampdoria Genoa hat er nicht zweistellig getroffen. Bei Sturm Graz hat er das geschafft, Heulund. Wir sind, wir haben noch für Manchester United haben wir noch 18 Spiele. Ja, müsste er jedes zweite Spiel treffen. Gilt das schon als Hot-Take? Da finde ich meinen Hot-Take besser mit Liverpool wird Meister, wobei es auch nicht hot, dann sage ich Aston Villa wird Meister. Aber es wird nicht passieren. Ich glaube, da wird es jetzt klicken und da wird einiges bewegt werden, vielleicht noch im Winter. Vielleicht kommt ein Spieler in die Offensive rein, der ihn endlich mal ein bisschen besser bedienen kann. Dazu später in einem anderen Video noch mehr. Und ich glaube, der Knoten wird platzen und dann sage ich, Heulund macht ziemlich genau. Also mehr werden es nicht sein, aber macht noch, also macht zehn Tore, also noch neun weitere in der laufenden Premier League-Saison. Und zum Abschluss ein Bundesliga-Hot-Take. Der VfL Bochum, aktuell glaube ich Tabellen 15. Wenn mich nicht alles täuscht, auch einer von den Mannschaften, die nach Expekte... Was habe ich gerade gesagt? Habe ich nicht Bergamo gesagt? Was habe ich gesagt? ...points deutlich besser dastehen müsste. 14. sind sie, wobei Union hat noch ein Spiel weniger. Ich sage, der VfL Bochum wird in der gesamten restlichen Saison, also wir haben noch 18 Spieltage, nach keinem, nach keinem dieser 18 Spieltage wird der VfL Bochum auf einem Abstiegsplatz stehen. Da inkludiere ich Platz 16. Also der VfL wird... Ich sage dazu nichts, unsere Bundesliga-Prognose kommt ja erst morgen. Wieder, nicht für immer, aber in dieser Saison nicht mehr schlecht. Girona gerade in der 90. das 4-3 gegen Atletico gemacht, krass. Das ist Platz 15 sein und wird am Ende dementsprechend auch ein weiteres Jahr Bundesliga-Klassenerhalt schaffen. Das waren meine Hot Takes. Wir gehen weiter zu einem großen Spongebob-Fan. Der nennt sich nämlich der Hackfleisch-hassende Zerr9768. Moin, moin. Nachdem Ancelotti ja aber real verlängert hat, ist der Weg geebnet, dass Leverkusen den Weg weiter... Gönel, grüß dich. ...weitet wie bisher. Meint ihr, sie haben reale Chancen auf eine Meisterschaft und zu wie viel Prozent würdet ihr einschätzen, haben die anderen Mannschaften aus dem Top 5, also in der Bundesliga-Top 5, noch etwas mitzureden im Titelrem? Danke für das tolle Fußballjahr 2000... Kann ich auch nichts zu sagen, weil morgen unsere Bundesliga-Prognose kommt auf Knife. Ich will ja nicht vorweggreifen, aber ich sage, das wird, wenn dann, nur ein Zweikampf zwischen Bayern und Bayer Leverkusen. Ich glaube nicht, dass da Stuttgart oder Leipzig noch ein Wörtchen mitzureden haben. Der BVB ist schon mal gar nicht. ...21 und auf ein erfolgreiches Fußballjahr 2024. Sehr, sehr gerne. Danke, dass du dabei gewesen bist. Es ist gut für Leverkusen, dass Ancelotti verlängert hat. Das stimmt, weil ich glaube, Real Madrid war und wäre der naheliegendste Verein gewesen, bei dem Xabi Alonso sonst im Sommer 2024 hätte anheuern können. Aber der Mann ist ein ehemaliger Weltstar als Fußballer, hat ein unfassbares Charisma, hat eine große Persönlichkeit, also ist einfach auch ein riesen schillernder Name. Der lässt einen Fußball spielen, der zum besten Fußball in Europa aktuell gehört. Und der wird so attraktiv sein, ...Masso Vasli, grüß dich! ...dass, wenn das nicht Real Madrid ist, wird es andere Top-Vereine geben, die unzufrieden sind mit ihrem Trainer, die vielleicht neu... Ja, aber dann hat er ja Vertrag bis 26, ne? Also wäre er dann, wenn das so stimmt mit der Ausstiegsklausel, höchstens Bayern, Liverpool und Real ist ja dann besetzt. Also bei den anderen könnten sie dann richtig abkassieren oder darauf bestehen, wenn er für die anderen keine Ausstiegsklausel hat, dass er in Leverkusen bleibt. Und vielleicht hat er ja auch Bock einfach auf das Projekt Leverkusen. Kommt vielleicht auch darauf an, wie die Saison abgeschlossen wird. Stellt euch mal vor, glaube ich jetzt nicht, aber die holen DFB-Pokal, Europa League und Bundesliga. Na, was will er dann noch groß machen bei dem Projekt? Wenn er Zweiter wird, wie überall mit Vizekusen, hat er vielleicht noch Lust, das auf die Spitze zu treiben und zu warten, bis der Platz bei Real frei wird oder bei Bayern oder bei Liverpool oder bei einem anderen Klub. Also diese Ancelotti-Verlängung hat für mich sehr, sehr viel verändert in der Xabi-Alonso-Thematik. Trainersucht. Also von meinem außenstehenden Blick. Die sich bemühen werden zumindest um die Personalie Xabi-Alonso. Das heißt, ich glaube, auch wenn die Wahrscheinlichkeit gestiegen ist, dass er eventuell noch ein weiteres Jahr Leverkusen-Trainer bleibt, wird es noch im Laufe der Rückrunde und spät in der Saison erste Gerüchte geben. Und ich glaube nicht, dass das bedeutet, dass es plötzlich still bleibt um Xabi-Alonso. Der ist so attraktiv, der ist, also ist er auch so, aber der ist als Trainer auch so. Das ist ein schöner Mann, ja. CZ Pacer, danke für dein Prime-Abo, fünf Monate am Start. Servus Felicio, ein gutes neues Jahr. Hauhe, bist der Beste. Danke dir, mein Lieber. Liebe Grüße gehen zurück und auch dir ein frohes neues Jahr natürlich. ...attraktiv und so naheliegend für so viele Top-Vereine, dass das quasi unvermeidlich ist. Ja, das ist interessant, was Brasilien jetzt macht. Die Gerüchteküche hat ja sehr gebrodelt, dass Ancelotti der neue Brasilien-Nationalkoach wird. ... dort Gerüchte geben wird. Zu deinem zweiten Teil deiner Frage. Also, wer das mit in den Top 5 darauf abzielt, auf die Frage, ob diese Mannschaften noch ins Meisterschaftsrennen im Sinne von selber Meister werden können, eingreifen können, dann kann ich dir ganz offen sagen, es gibt genau zwei Mannschaften, zwischen denen die Meisterschaft in der Bundesliga diese Saison ausgemacht wird. Und das sind Bayer Leverkusen und der FC Bayern München. Sören, mein Lieber, danke für dein Stufe 1-Abo, schon 27 Monate am Start. Moin Moin, Hot Take, Hertha gewinnt den DFB-Pokal, Reze ist bei der EM dabei. Habe ich verpasst, oder? Du willst aber wirklich wissen, mit deinen Hot Takes, Alter. Ich würde beides liebend gerne nehmen. Sagen wir es mal so. Das sind die einzigen beiden Mannschaften, denen ich zutraue, auch Meister zu werden. Stuttgart, Leipzig und Dortmund werden da alle am Ende kein ernsthaftes Wörtchen mitreden. Das sind alles Mannschaften, die mal an einem guten Tag die beiden anderen Teams vielleicht ärgern und schlagen können und so vielleicht ins Meisterschaftsrennen eingreifen, weil sie eben das Titelrennen in die eine oder andere Richtung ausschlagen lassen. Aber die einzigen beiden Mannschaften, die Meister werden können, realistisch in meinen Augen, das sind eben Leverkusen und der FC Bayern München. Wenn jetzt Bayern das Nachholspiel gegen Union gewinnen würde, hätten die ja auch 41 Punkte und dann klafft ja auch schon eine Lücke von sieben respektive acht Punkten auf den Tabellendritten aus Stuttgart. Das heißt, ich glaube, das wird zwischen zwei Teams ausgemacht und dann hat aber zwischen diesen beiden Mannschaften definitiv Bayern Leverkusen eine realistische Chance, Meister zu werden. Klar, jetzt ist Afrika Cup und das ist auch ein gefährliches Thema für Leverkusen, weil sie eben auf, ich glaube, Tabsoba, Kusunu und auf Boniface, ich glaube, waren sogar vier Spieler, aber der vierte fällt mir nicht mehr ein. Adli, glaube ich, noch. Aber zumindest auf die drei verzichten müssen, aber mein Gefühl ist, Leverkusen hat eine Kadertiefe, hat mit Schick zum Beispiel einen guten Rückkehrer und ich glaube, sie werden den Afrika Cup gut überstehen. Die Frage ist wirklich in der IV. Klar, sie haben noch Stani Sitsch und Hint Kapi, aber IV ist dann schon ein krasser Qualitätsunterschied, es sei denn, Xabi Alonso Masterclass kriegt die beiden auf einmal auch so aufs allernächste Niveau gehoben. Kusunu spielt ja auch die beste Saison seiner Karriere. Ich würde sagen, Meisterschaftsrennen zwischen Leverkusen und Bayern könnte gut und gerne dieses Jahr eine Art 50-50-Veranstaltung werden. Wir ziehen weiter. Jonas 2303 Heya BVB Erstmal frohes neues Jahr, das wünsche ich dir auch, Jonas. Nun zu meiner Frage, denkst du, Borussia Dortmund kann mit Nuri Shahin und Sven Bender das Ruder rumreißen und ohne der Prognose morgen vorwegzugreifen, ich glaube nicht dran. Ähnliche Rückrunde wie letztes Jahr spielen, liebe Grüße auch. Robert Andrich meinst du? Ja, der kann Dreierkette mittlere Innenverteidigung spielen, hat er ja sogar schon getestet ein paar Mal. Aber ist trotzdem nicht, also hat er auch okay, gut gemacht sogar, aber ist ja nicht vergleichbar mit Tabso Bar oder Kusunu. Der Statz, Statz. Also die haben schon eine sehr, sehr gute zweite Reihe, das sieht man ja auch immer wieder mal, wenn sie rotieren in der Europa League, aber es ist trotzdem nicht dasselbe. Der Impfmess, was auch immer die Impfmess ist, wenn es die Impfmess wäre, das ist irgendwie die Impfmesse analog zur Buchmesse, aber was Impfmess ist, das kenne ich nicht. Zu deiner Frage, also erstmal für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, Borussia Dortmund, da ist Armin Reutershaan, der auch schon ein bisschen älter ist, ich glaube aus freien Stücken, aus dem Trainerteam von Edin Terzic ausgesucht. Das waren bestimmt ganz freie Stücke. und nun sind dann eben einer von den beiden Benders und Nuri Shahin neue Co-Trainer bei Borussia Dortmund geworden und die Frage ist zwar spannend, jetzt weiß ich selber nicht mehr, Sven Bender ist das, oder? Wir alle sind das Sternenstaat. Oder? Sven Bender, glaube ich. Oh, Mastowarsli leitet hier den dritten Hypetrain des Jahres ein. Danke für 300 Bits zu später Stunde. Vielen Dank für den Support, Liebe geht raus. Aber ich würde da gerne Tobias Echer zitieren, der auf Twitter folgendes geschrieben hat, ernst gemeinte Frage, wann hat der Wechsel eines Co-Trainers ein Team massiv weitergebracht? Mir kommt spontan der FC Liverpool im Sinn, als Klopp 2018 seinen Spezi Buwacz durch Lenders, also Pep Lenders ersetzt hat, fallen euch andere Beispiele ein und man hat gesehen, auch in den Antworten auf diesen Tweet, aber auch ich habe darüber nachgedacht, mir ist es auch schwer gefallen zu sagen, ah, da war ein Co-Trainer, der dazugekommen ist und dann massiv positiven Einfluss genommen hat. Es gibt andere Beispiele von Co-Trainern. Weil man da aber auch nicht so drauf achtet. Man würde bestimmt ein paar Beispiele finden, aber da achte ich jetzt auch nicht so drauf, dass ich das alles im Kopf habe. Trennern, die gingen, wo es dann schlechter geworden ist. Ich glaube, ist es sicher, dass er schon vorher zurückgetreten ist? Also die Nachricht kam für mich in einem Zug, kann ja auch sein, dass es zwei, drei Tage vorher war. Ich habe nicht mitbekommen, dass er zwei, drei Wochen vorher zurückgetreten ist und deswegen, nur weil er dann ein paar Tage vorher schon zurückgetreten ist, würde ich das trotzdem miteinander in Verbindung bringen. Aber ich weiß es natürlich nicht. Es wirkt nur freie Stücke, so wirkt es für mich. Hansi Flick beim DFB und sein Abgang damals sind ein gutes Beispiel dafür, wo es dann eben tendenziell eher schlechter wurde. Aber so viele Beispiele von Co-Trainern, die dann dazukamen und eine Mannschaft massiv besser gemacht haben, die gibt es eben nicht. Und ich glaube auch, man muss ja auch realistisch sein, Nuri Sahin und Bender kommen ja jetzt nicht zum BVB und fangen von heute auf morgen an, Trainingsinhalte massiv mitzubestimmen, mitzudiktieren. Die müssen sich ja erstmal einfinden, einarbeiten. Da wird sich kennengelernt, da wird sich abgestimmt und den Ton gibt dann immer noch der Cheftrainer, also Edin Terzic vor. War mehrere Wochen, ja. Na gut, ich nehme meine Aussage zurück. Gefährliches Halbwissen. Deswegen, ich glaube, selbst wenn es beim BVB in der Rückrunde nach oben gehen sollte oder besser werden sollte, was ja auch möglich sein müsste eigentlich mit dieser Mannschaft, dann glaube ich, wird das nicht unmittelbar daran liegen, dass sie Nuri Sahin und Bender geholt haben. Ich achte sehr darauf, den Vornamen nicht zu nennen, weil ich einfach nicht weiß, welcher von beiden das ist. Und ich glaube, Nuri Sahin dient auch einem anderen Zweck. Nuri Sahin war ja auch schon selber Cheftrainer in der Türkei und hat da, nach dem, was ich so am Rande mitbekommen habe, auch das gut gemacht und auch auf einer taktischen Ebene Vielversprechendes angedeutet, aber ihm fehlt eben noch seine sogenannte UEFA-Pro-Lizenz, die er also bräuchte, um zum Beispiel in der Bundesliga Trainer sein zu dürfen. Die macht er aktuell, glaube ich, noch und hat er dann vielleicht bis zum Sommer. Und ich glaube eher, dass Dortmund sich da so positioniert, dass sie vielleicht für einen möglichen Abgang von Edin Terzic vorsorgen, insofern, dass sie schon mal Stallgeruch da haben im Trainerstab, wenn Terzic eben gehen sollte, also Nuri Sahin, Bender, das sind ja schon auch irgendwo Leute, mit denen man sich als Fan auch noch identifizieren kann. Und ich glaube, Nuri Sahin ist auch eine Traineraktie, die man beim BVB weiterhin im Blick behalten möchte für die Zukunft und das kann man, glaube ich, am besten machen, wenn er eben für den eigenen Verein arbeitet. Aber ich glaube weiterhin, der BVB braucht keinen Co-Trainerwechsel, sondern einen Cheftrainerwechsel und wenn es einen Aufschwung geben sollte, den ich aktuell mir zumindest nicht in der benötigten... Ich meine, die anderen Mannschaften entwickeln sich ja auch weiter. Selbst wenn der BVB sich entwickelt, müssen sie erst mal sieben Punkte aufholen, um wieder auf Platz vier zu kommen. Glaube ich, sieben Punkte sind es. Ich sehe es einfach nicht. Weil sie vorstellen kann, dann glaube ich... Sieben Punkte geht ja schnell, es sind drei Siege, während eine andere Mannschaft dreimal verliert. Kann schnell mal passieren, dass eine Mannschaft in negativ oder positiven Strudel kommt. Gerade oben kann sowas schnell passieren, aber ich sehe es irgendwie nicht. Trotzdem nicht daran liegen, dass sie die Co-Trainer ausgetauscht haben. Was ich noch sagen wollte, ich wollte gerade weitergehen, aber was mir eingefallen ist und vielleicht auch, es wurde ja zumindest berichtet hier, Thema Marco Reus, Meuterei gegen Terzic und dass es auch Spieler gibt und gab, die nicht ganz glücklich gewesen sind mit dem Trainer und seinen Entscheidungen. Ich kann mir vorstellen, Nuri Sahin, Bender, dass das auch Persönlichkeiten sind, die dafür da sind, vielleicht wieder die Beziehungen zwischen Trainerteam und Mannschaft zu verbessern. Ich habe aber dann eher das Gefühl, also würde ich von außen so einschätzen, dass die Spieler, dass das das Verhältnis oder die Autorität von, wenn jetzt Sahin und Sven Bender so mit denen sprechen und sagen, guck mal, das ist wichtig, dass sie ihm da vertraut, das Vertrauen schenkt, das ist, weiß ich nicht, ob das wirklich den Rücken von einem Cheftrainer stärkt oder sogar noch mehr schwächt in so einer Mannschaft. Fünf Punkte sind es nur? Ich glaube sieben Punkte auf Stuttgart, ne? Jetzt muss ich nochmal gucken. Dann sind es ja sogar nur zwei Siege. Aber ich sehe es trotzdem nicht vom spielerischen. Also da müsste der BVB eine komplett andere Rückrunde fußballerisch spielen. Sechs Punkte sind es. Sechs Punkte auf Leipzig. Ich habe sieben Punkte gesagt, weil sie so ein drastisch schlechtere Tordifferenz als Leipzig haben, nämlich 16 weniger. Mario haut hier nochmal 400 Bits rein. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Ach so, der Hypetrain läuft auf Level 2 deswegen. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Vielleicht, ja, als so eine Art Anklubfußball können Marco Reus und Rishanen, die kennen sich ja auch noch, Bender, die kennen sich auch noch mit einigen Spielern. Von daher, vielleicht hilft das auch so ein bisschen, das Klima zwischen Trainerteam und Mannschaft wieder auf ein besseres Level zu bringen. Jetzt gehen wir mal wirklich weiter. DJ Antoine 77. DJ Antoine stellt dir Fragen, Alter. Welcome to Centro Bay. Servus. Wie würde für euch das perfekte Format für eine internationale Liga in Europa aussehen? Findet ihr, dass das diesjährig auslaufende Champions League Format makellos ist oder hättet ihr selbst da Verbesserungsvorschläge? Liebe Grüße aus Graz. Also ich kann ganz offen sagen, es braucht keine internationale Liga im Sinne einer Super League. Es braucht keine Liga, in der mehrere oder europäische Top... Den Ohrwurm habe ich dir gerne beschert. Elia, danke für dein Geschenk, aber ihr wollt hier wohl noch das Level 3 sehen. Danke dir, mein Lieber. ...schaffen aus verschiedenen Ländern gegeneinander... Boah, also ich bin... Also Super League würde ich null feiern, ist ja völlig klar. Ich bin auch kein Freund von dieser neuen Champions League Reform. Es sind ja gefühlt noch mehr Spiele. Ich fand's... Es bleibt alles so, wie es ist. Da bin ich ziemlich altmodisch und konservativ. Ich fand den alten Champions League Modus eigentlich schön, so wie er war. Und ich habe auch keinen Bock auf irgendwelche etwaigen Zwischenrunden. Mir sind es auch... Ich finde es geil für die kleineren Vereine. Ich würde mich auch selber freuen, wenn Hertha in der Conference League spielt, aber mir sind es viel zu viele Wettbewerbe. Wie viele wollen die da noch machen? Soll am Ende irgendwie der Neuntplatzierte auch noch im internationalen Wettbewerb spielen? Das soll ja was Besonderes sein. Wenn das so gedacht ist... Klar, das sind auch Chancen für kleinere Vereine, sich hochzuarbeiten durch so eine Conference League. Da kannst du ja auch viel Geld mit einarbeiten und so generieren. Aber ich bin da kein Freund von. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich wirklich Conference League verfolgt habe. Das ist mir viel zu viel. Im Sinne der Super League gedacht gewesen wäre, dass diese Mannschaften sich dann aus ihren... Ja, mir ist das auch viel zu aufgebläht. ...nationalen Liga-Betrieben zurückziehen. Ich bleibe weiterhin dabei, für die Bundesliga und dies mit am wichtigsten ist der bestmögliche Weg in die Zukunft... Ja, das war ja früher mal so, ne? Paula heißt da. Der Landesmeister. Wie hieß das? Pokal der Landesmeister? ...in der man es schafft oder in der sich in meinen Augen zumindest die sogenannten Traditionsvereine, die Vereine, die wirklich Zugkraft haben auf dem Fanmarkt, auf dem Medienmarkt, was vielleicht auch Internationalisierung angeht, dass diese Vereine sich zusammenrotten, zusammenraufen und Stellung beziehen gegen die Mannschaften, die die Bundesliga unattraktiv machen und zu einer schlechteren, weil unattraktiveren Liga machen. Da gucke ich ganz klar nach Leipzig und nach Hoffenheim. Das ging aber für mich auch darum, dass man den Wettbewerbsvorteil, den Leverkusen und Wolfsburg in meinen Augen genießen durch die Möglichkeit, dass eben der Mutterkonzern Bayer respektive Volkswagen... Conference... Ey, sie kommen da selber durcheinander. Conference League war West Ham? Das weiß ich selber nicht mehr. War das Conference League oder Europa League? Nee, Europa League war Sevilla. Ich weiß es zufälligerweise, aber kann sein, dass ich es dieses Jahr wieder nicht weiß. Verluste ausgleichen kann, die auch dafür gesorgt haben, dass zum Beispiel so eine Corona-Krise von diesem Verein monetär deutlich besser weggesteckt werden konnte. Das muss aufhören. Da muss man ansetzen und wenn man dazu nicht bereit ist, dann wird die Bundesliga weiterhin kriseln, wird sie weiterhin leiden. Ich glaube, der Weg raus führt nur über eine Bundesliga, die sich ihrer eigenen Stärken endlich wirklich bewusst wird und das sind die Fans, das ist die Fankultur, das ist die Leidenschaft, die in vielen Vereinen vorherrscht und da muss man sich, glaube ich, aktiv gegen gewisse Mannschaften positionieren und zu deiner Frage zur ablaufenden Champions League, ich muss sagen, ich bin ein riesengroßer Champions League Liebhaber gewesen, des jetzt beendeten Modus. Ich fand den eigentlich sehr, sehr gut, habe da wenig daran auszusetzen gehabt. Ich glaube, wo ich am ehesten was auszusetzen hätte, ist vielleicht die Frage, wie besetzt man den Mannschaftspool in der Champions League, weil diese Vergabe von eben drei, vier Qualifikationsplätze je nach UEFA-Koeffizient an große Ligen sorgt natürlich auch dafür, dass die großen Ligen mehr Mannschaften drin haben, da mehr Mannschaften mit diesen Mehreinnahmen planen können und da eine Schere immer nur weiter auseinander geht, man könnte darüber diskutieren, das war ja früher der Europapokal der Landesmeister, ergo dafür zu sorgen, dass einfach vielleicht auch aus kleineren Ligen dafür mehr Meister mitspielen und weniger Platz drei. Du siehst ja auch immer wieder mal kleinere Vereine, die frech mitmischen, wie zum Beispiel Kopenhagen oder so. Ja, das ist manchmal dann schon ein bisschen krass, wenn du dann am Ende, das ist vielleicht wirklich so eine Kritik, die man haben kann, wenn am Ende dann im Halbfinale nur noch zwei Länder vertreten sind und dreimal englische Vereine oder so gegeneinander spielen oder spanische oder so. Das macht es ja dann auch nicht mehr attraktiv, weil die Duelle hast du ja schon in der Liga. Vier aus europäischen Top-Ligen, das ist ein Kritikpunkt, der in der Vergabe der Plätze vielleicht greift für mich. Nicht viel weniger attraktiv, selbst als wir das so hatten, ist natürlich für Deutschland geil gewesen, Bayern gegen Dortmund, aber es hat einen ganz anderen Reiz, wenn du da gegen Mannschaft, wenn du dir das Spiel anguckst und du spielst oder die deutsche Mannschaft spielt gegen Mannschaften aus anderen Ligen, das ist ja der Reiz da dran. Ansonsten finde ich die Champions League super, super nice, einer der großen Kritikpunkte, war ja auch mit Blick auf den letzten Gruppenspieltag wieder, dass es passieren kann, dass es an Spieltag sechs der Gruppenphase nicht mehr wirklich um was geht und für manche Mannschaften alles schon entschieden ist und die einfach nur ein Spiel haben, was sie noch absolvieren müssen. Siehe zum Beispiel FC Bayern, der schon als Gruppensieger festgestanden hat. Da muss ich aber auch sagen, nicht jedes Fußballspiel muss auf der Skala oder auf dem Spektrum der Bedeutsamkeit am oberen Ende sein. Nicht jedes Fußballspiel muss monumental wichtig sein, denn wenn jedes Spiel super wichtig, super relevant ist und es da um alles geht, dann geht es in keinem Spiel um alles. Das ist so ein bisschen diese alte, die unglaublichen Weisheit von dem Bösewicht aus dem ersten Teil, der gesagt hat, wenn jeder super ist, dann ist keiner super und so sehe ich das ja auch. Man muss es als Fußballfan oder als Fußball allgemein auch mal aushalten können, dass nicht jedes Spiel das Wichtigste von der Welt ist. Wenn dann der Bundesligaspieltag 12 ist und da spielt Gladbach gegen Bochum, dann ist das ja auch nicht ein Spiel, das zwingend immer mit der allergrößten Bedeutung aufgeladen ist, aber das kann ja trotzdem aus dem Spielverlauf an sich ein cooles Fußballspiel sein und ich muss sagen, ich liebte die Champions League, ich liebte den Modus, ich liebte die K.O.-Phasen. Bin ich auch mal sehr gespannt, wie mir das gefallen wird mit dem neuen Modi. Und ich bin gespannt darauf, wie es wird, ich bin skeptisch, was das Schweizer Modell angeht und finde eigentlich, dass das nicht ein Hebel ist, an dem man hätte ansetzen müssen und bin der Meinung, dass es ein Hebel ist, an dem angesetzt worden ist, nicht aus dem Interesse an attraktiveren sportlichen Wettbewerb, sondern an mehr Planbarkeit, Vorhersehbarkeit für die großen Mannschaften Europas, die gleichzeitig auch die sind, die eben was so Wortgewicht bei der UEFA auch den Ton angeben. So viel dazu. So, Curify, die erste Discord-Frage von unserem guten Curify, frohes Neues euch allen, er ist glaube ich ein Eintrachtler. Wie siehst du den Transfer von Donny Vandebeek zu SGE? Ja, Frankfurt hat Donny Vandebeek, ehemals Ajax-Wunderkind, einer aus der tollen 18-19er-Generation, die damals ins Champions-League-Albfinale eingezogen ist, hat Donny Vandebeek von Manchester United ausgeliehen. Das Gehalt wird sich wohl geteilt. Ich glaube, die Mehrheit davon übernimmt Manchester United. Er soll, glaube ich, da so 7 Millionen Euro verdient haben, was für Frankfurt definitiv ein bisschen zu viel Geld ist. Wobei Frankfurt mittlerweile auch schon krasse Gehälter zahlt, wenn man den Medien Glauben schenken möchte, was Götze und Co. so da verdienen. Kaufoptionen für Eintracht Frankfurt, die, da gibt es auch, sich teilweise ein bisschen widersprechende Berichte irgendwo in einem Geldkorridor von wahrscheinlich so 10 bis 15 Millionen Euro liegt. Den haben sie jedenfalls ausgeliehen. Und die Frage ist, du als Man United-Fan, ja, Sympathisant, wirst da vielleicht ein bisschen mehr Einsicht haben. Kann er der Eintracht weiter? Ich finde, Johnny Van de Beek, wenn ich an die Zeiten von Ajax Amsterdam denke, frage ich mich immer wieder, warum der bei Manchester so wenig geklappt hat. Klar, auch Verletzungen, aber ich fand, das war einer der herausragenden Spieler bei Ajax, wenn man das überhaupt so sagen kann, weil das war eine tolle Mannschaft. Wenn er da nur ansatzweise wieder rankommen kann, dann ist er eine absolute Bereicherung für die gesamte Bundesliga, aber wird halt schwer. Der hat so wenig gespielt, wird wahrscheinlich Anlaufzeit brauchen, die er vielleicht gar nicht hat, weil sie ja auch eventuell Spieler brauchen. Shaibi ist nicht da und Skiri auch nicht, beide beim Afrika Cup. Ja, ist schwierig einzuschätzen, weil so Spielern, die so eine lange Durststrecke quasi hatten, aber ich bin ein großer Fan eigentlich von Donny Van de Beek als Fußballer. Was glaubst du werden seine Aufgaben sein? Und wie schätzt du den Transfer im Allgemeinen ein für Spiel? Also erstmal könnte ich mir vorstellen, dass er Shaibia setzt auf der 10, könnte auch mit Götze zusammen im zentralen Mittelfeld spielen. Vielleicht soll er auch die Lücke schließen auf der 6, wobei das ist ja eigentlich nicht seine größte Stärke. Hat er zwar auch schon gespielt, aber von Skiri, glaube ich aber eher nicht neben Larsson, sondern dann vielleicht eher ein bisschen weiter vorne. Und Klub. Da möchte ich erstmal Erik Ten Hag Erik Ten Hag selber zitieren, der, ich glaube noch relativ zu Anfang seiner Zeit bei Manchester United gefragt worden ist, weil das war ja auch irgendwie so ein bisschen eine Hoffnung, die mit Ten Hag verbunden wurde, dass er da auf seinen ehemaligen Schützling Donny Van de Beek trifft und ihn wieder hinkriegt, zu dem Spieler, der er bei Ajax eben noch gewesen ist. Die Rechnung ging nicht auf, aber der hat damals über Donny Van de Beek gesagt und über seine beste Rolle auf dem Feld. Er kann beides, da ging es darum, dass er sowohl in einer tieferen Rolle im Mittelfeld als auch weiter vorne spielen kann, also weiter Richtung gegnerisches Tor. I know that from the past, his best position, seine beste Position is in the box of the opponent and playing just behind the striker. Also seine beste Position ist im gegnerischen Strafraum und positioniert unmittelbar hinter dem eigenen Stürmer. He has a really good smell for being in the right position. Also er hat ein gutes Näschen dafür, in der richtigen Position sich aufzuhalten. Und ich habe euch mal mitgebracht, um das zu verdeutlichen, aus der Saison, die Donny Van de Beek eigentlich auch auf die europäische Fußball-Landkarte gebracht hat, aus der Saison 18-19, seine Ballbesitzanteile per 90 Minuten in der Eredivisie 18-19. Und da sehen wir eben, dass er weder im Defensivdrittel noch im mittleren Drittel des Feldes großartig beteiligt gewesen ist am Spiel. Erst im Angriffsdrittel gehen seine Zahlen nach oben und so richtig heraussticht dann eben, dass er fast sechs Ballkontakte pro 90 Minuten im gegnerischen Strafraum hatte und da eben in der Eredivisie für Mittelfeldspieler zu den Top 1% gehört hat. Das verdeutlicht so ein bisschen auch das, was Erik Ten Hag gesagt hat, dass dann Donny Van de Beek eben dann am besten war und auch am besten ist, wenn er so Also Ciaibi-Position muss er spielen. Art, ja, freier Spielmacher sein kann, so ein freier Zehner, jemand, der langer Ball von Paco, Kalajcic macht ihn fest, habe ich heute schon im Video gesagt, Kalajcic macht ihn fest, legt ihn zurück ab auf Donny Van de Beek, der spielt einen Schnittstellenpass und keine Ahnung, irgendwer läuft von außen ein in den Strafraum. Sich eben im letzten Drittel relativ ungebunden bewegen kann und da so ein bisschen seiner eigenen Intuition folgen kann, sich in Räume zu Ja, Diagonalball von Paco aus dem Fußgelenk mit Gegnerdruck. Das ist das, was er eigentlich sehr, sehr gut kann, was glaube ich seine größte Fähigkeit ist, ist seine Spielintelligenz fast schon auch ohne Ball. Er ist unheimlich gut darin, entweder A, sich selber in Position zu bringen für ein Zuspiel oder zu erahnen, wo ein Ball hinkommt, um dann in eine gute Abschlussposition zu kommen oder sich so zu bewegen, dass er Räume zieht und schafft für seine Mitspieler, Gegenspieler bindet, mitreißt und dann eben Räume öffnet. Also diese Intelligenz ohne Ball ist glaube ich das, was Donny Van de Beeks fast größte Qualität ist. Ich glaube, er wurde jetzt erstmal geholt, um bei Frankfurt Lücken zu stopfen. Frankfurt hat unter anderem mit Chaibi und mit Eli Eskiri zwei Spiele abgegeben, nicht abgegeben, sondern temporär an den Afrika Cup verloren, die Donny Van de Beek Positionstechnik mehr oder weniger ersetzen könnte. Mehr oder weniger sage ich, weil Donny Van de Beek hat in seiner Karriere schon im Mittelfeld alles gespielt. Der hat Sechser gespielt, der hat Achter gespielt, der hat Zehner gespielt und alles auch mehr als ein Spiel gemacht und teilweise auch gute bis ordentliche Leistungen auf all diesen Positionen gezeigt. Deswegen glaube ich, diese Positionsflexibilität, die wird sich Frankfurt jetzt auch zunutze machen und ihn eben dort einsetzen, wo er Lücken eben stopfen muss. Vielleicht eben mal in einem Doppel, in einem Zweier-Mittelfeld zum Beispiel neben Larsson oder eben vielleicht auch mal in einer vorgezogenen Rolle als so eine Art Halbzehner hinter einem Stürmer. Das kann ich mir zumindest vorstellen. Aber wie gut kann der Eintracht Frankfurt sofort weiterhelfen? Das ist eine Frage, die ist ganz, ganz schwierig zu beantworten. Donny van den Beek ist, ich glaube, im Januar 2... Januar? Nee, aber er ist im September, glaube ich, 2020 nach England gewechselt. Also vor fast dreieinhalb Jahren ist er zu Manchester United gewechselt und hat, wenn man das rum umrechnet, in der Premier League insgesamt in diesen dreieinhalb Jahren 14 Spiele über 90 Minuten gemacht. Also wenn man seine gesamten Minuten runterbricht auf 90 Minuten, also auf Spiele jeweils, wäre das so, als hätte er eben in diesen dreieinhalb Jahren 14 volle Spiele über 90 Minuten gemacht. Er ist im ersten Halbjahr 2023 eigentlich komplett verletzungsbedingt ausgefallen. Also hat auch ein paar Verletzungsprobleme in England gehabt und deswegen ist es super schwer vorauszusagen, wie matchfit kommt der eigentlich nach Frankfurt, wie schnell ist der einsatzbereit, wie schnell findet er sowas wie eine Spielform wieder und kann dann eben auch der Mannschaft wirklich weiterhelfen. Aber zwei Sachen, ich noch sagen möchte. Erstens Du hast halt jetzt auch wirklich nicht viel Vorbereitung. Es sind einfach nur noch zehn Tage, dann geht die Bundesliga los. Also viel Eingewöhnungszeit hat er nicht. Kann man eigentlich nicht vorstellen, dass er direkt zur Verfügung steht, aber wer weiß. Ich würde ihn unheimlich gerne mal in einem Dreier-Mittelfeld sehen und ich glaube, seine Flexibilität, was die Position angeht, vielleicht kann er ja auch mit Götze zusammenspielen. Das könnte ich mir auch irgendwie gut vorstellen. Auch Dino Topmüller weiter vielleicht flexibler zu werden in der Art und Weise, wie er Eintracht Frankfurt spielen und aufstellen lassen kann. Zwei so spielintelligente Spieler mit dem feinen Füßchen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn man auf eine Viererkette mal geht und dann ein Dreier-Mittelfeld spielt mit Skiri als Sechser und als einer der beiden Achter hast du eben Hugo Larsson und als der andere Donny van den Beek, der von den Dreien die am meisten vorgezogene, die Offensive. Achso, er geht jetzt schon davon aus, wenn die wieder da sind. Der Spielt in Dreier-Mittelfeld aus Skiri, aus Larsson, aus Van den Beek. Das klingt auf dem Papier erstmal richtig, richtig gut und nach definitiv Top. Also auch zwei, die so die defensiv auch die läuferisch intensive Arbeit machen können, wobei Larsson und Skiri ja beides auch Spieler sind, die immer mal wieder in den Strafraum eigentlich vordringen und auch selber Torgefahr ausstrahlen können. Wäre schon eine coole Kombination. Aber Chaiibi muss auch noch irgendwo Platz finden. Finde ich nämlich auch einen sehr, sehr coolen Spieler. Qualität in der Bundesliga. Das fände ich sehr, sehr spannend und ich glaube, da bietet er auch einen Mehrwert, dass er dem Trainer taktisch mehrere Möglichkeiten an die Hand gibt und man muss auch sagen, aktuell entstehen für Frankfurt halt ein paar Gehaltskosten, die sie übernehmen müssen. Ansonsten ist es ein Deal, der mit super wenig Risiko verbunden ist. Sie können die Kaufoptionen dann entweder eben ziehen oder nicht. Mein Bauchgefühl ist, dass die Kaufoptionen in der aktuellen Form, wie sie existiert, nicht gezogen wird und man, wenn, dann versuchen würde, sich ein bisschen runter zu verhandeln. Aber ich kann mir vorstellen, selbst wenn es am Ende nur bei einem halben Jahr bleiben sollte, für Frankfurt ist das ein guter Transfer, trotz allem, weil er mit einem sehr überschraubt... ...ist auf jeden Fall nicht risikobehaftet und könnte wirklich einen Mehrwert bieten. Oh, da sieht er richtig gefährlich gerade aus, der Niklas. Geiles Standbild. Wenn ein Risiko verbunden ist und im Best Case kriegst du halt einen richtig guten Spieler wieder hin, für den du eine Kaufoption hast und ich glaube auch für Van den Beek, Van den Beek ist es eine Chance, sich in einer Liga, die ihm vielleicht auch wieder ein bisschen besser liegt als die Premier League, wo das Brennglas ein bisschen weniger drauf ist als in der Premier League, sich wieder ein bisschen neu zu beweisen und auch wieder zu sich setzen. Und der kann ja sogar auch international gleich was zeigen. Fitten, also alles in allem, finde ich, ist das ein Transfer, der sowohl für den Spieler, weil jetzt auch durch die Abwesenheit von einigen Leuten erstmal auch es eine Chance gibt auf Spielzeit im Januar und sich in die Mannschaft reinspielen, als auch für den Verein aufgrund der begrenzten, ja, finanziellen Invest, das da reingeflossen ist, ist es für beide Seiten, glaube ich, ein guter Transfer, an dem ich definitiv wenig auszusetzen habe. Aber nochmal, tendenziell glaube ich, Van den Beek ist, je höher er auf dem Feld spielen darf von der Positionierung her, desto besser wird er für Frankfurt performen. Letzte Frage von Flo, in Klammern FCB, auch aus dem Discord. Habt ihr euch irgendwelche Ziele, Vorsätze für das neue Jahr gesetzt, sei es für den Kanal oder für euch persönlich? Ich habe ein paar Ziele. Ich würde mich freuen, wenn ich mit ein paar von Hertha so einen Talk machen könnte, wie mit Kai. Das versuche ich zu realisieren, zusammen mit Markus Hammer Graphics. Ich würde gerne auf dem Knife-Kanal bis zum Sommer, es ist sehr, sehr ambitioniert, bis nach der EM die 10.000 Abonnenten knacken. Ich weiß, es ist sehr ambitioniert. Wir sind jetzt bei 6.200 Stand jetzt. Und für mich persönlich, ich will mehr Sport machen, mehr Zeit für die Familie haben und natürlich auch monetär erfolgreicher noch werden. Das sind meine Ziele. Was sind eure Ziele? Dann ein paar mitgebrachte Auswahl aus beruflichen als auch privaten Vorsätzen. Beruflich fangen wir mal an, weil das hier für die aktuelle Situation ein bisschen relevanter ist. Ein neues... Übrigens, Kaltschöberlin hat 200.000 Abonnenten geknackt. Richtig krass. ...Format etablieren und auf dem höchstmöglichen Niveau umsetzen, was sowohl die inhaltliche als auch die Produktionsqualität angeht, damit es auf jeden Fall eines unserer Aushängeschilder werden kann. Damit tease ich auch schon ein bisschen was an, weil wir haben eine ganz klare Idee davon, was dieses Format sein soll und es soll... Also ich wäre enttäuscht. Sag mal Folgendes. Ich wäre enttäuscht, damit lade ich ein bisschen Druck auf uns auf. Aber ich wäre enttäuscht, wenn dieses Format nicht im ersten Quartal 2024 an den Start geht. Und dann glaube ich, ist es eine richtig geile Sache. Und weiterer Vorsatz ist, nach der verpassten WM, die wir ja zumindest inhaltlich während des Turniers nicht begleitet haben, habe ich Bock... Überleben, sagt Ed Sari. Das kriegst du hin. Oh, nicht, dass ich jetzt wieder an Fettnäpfchen getreten bin. Ich weiß jetzt nicht, nicht, dass du irgendwas Schlimmes hast. Ich hoffe natürlich nicht. Aber wir drücken die Daumen, dass du das hinkriegst. ...den Turniersommer 2024 und habe auch Bock mit Kalt Schöberlin zusammen. ein richtig geiles Content-Paket zu schnüren. Man muss aufpassen. Ich trete so schnell in Fettnäpfchen, weil ich irgendwas lese, direkt darauf reagiere, ohne drüber nachzudenken. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt. ...wohl als Video-Content, aus Analyse-Content, als auch aus jeder Menge Watch-Along-Streams. Und das sind so die beiden Dinge, auf die ich mich... Okay, nochmal Glück gehabt, ey. Aber dann kriegst du es hin. ...würfe ich in 2024 sehr freue. Private Vorsätze. Noch regelmäßiger und noch intensiver meiner geheimen Aktivität nachgehen. Also ich übe ja seit dem letzten Jahr, so seit Februar, März letzten Jahres, eine geheime Aktivität aus, von der ich noch nicht revealed habe, was sie denn ist. Musste auch zwischendrin ein bisschen Pause machen, weil ich halt... Ich übe auch einige geheime Aktivitäten aus. Die bleiben aber auch geheim. ...krank war. Ich hatte ja meine Verletzung an der Hand, die mich dann auch diesbezüglich eingeschränkt hat, für so fast zwei Monate. Aber dieser Aktivität würde ich gerne noch mehr nachgehen, noch besser darin werden. Und es macht mir so viel Spaß, dass ich da noch mehr Zeit, noch mehr Aufwand rein investieren möchte. Und als zweites, ich kann es einfach sagen, ist ja nichts Schlimmes, ich finde es so ein bisschen komisch darüber zu reden. Aber ich war 2023 in der zweiten Jahreshälfte, was heißt, zweite Jahreshälfte im letzten Quartal, war ich zum ersten Mal seit Jahren, wirklich seit Jahren, 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 also vielleicht zum ersten Mal als Erwachsen in meinem Leben überhaupt, außerhalb von Beerdigungen, Hochzeiten oder ich tue meiner Mutter einen Gefallen an Weihnachten nochmal in der Kirche. Unter anderem war ich in Dänemark. Jetzt am Weihnachten auch, aber davor eben, als ich im Herbst schon mal da war, in einer sehr kleinen Gemeinde, in so einer drei, vierhundert Seelen Gemeinde, in einer kleinen, schönen Kirche mit so Kalkstein in einem Gottesdienst, der von einer sehr passionierten, sehr tollen Pfarrerin oder Pastorin geleitet worden ist, die eine schöne Predigt gehalten hat. Und mich hat das echt abgeholt. Ich war jetzt also im letzten zwei, drei Monaten war ich glaube ich nicht viel, aber für mich ist es trotzdem viel, war ich glaube ich dreimal in der Kirche. Cool, sehr schön. Es hat mir echt was gegeben, das waren positive Erlebnisse für mich, die mich in Summe glaube ich dann auch unmittelbar an den Tag definitiv glücklicher gemacht haben. Und deswegen ist mein Ziel für 2024 eine gute Kirchengemeinde in Berlin zu finden, wo ich Spaß am Gottesdienst habe und zumindest ab und zu mal hingehen kann, weil ich finde, das, oder habe das eigentlich als bereichernd empfunden und würde das gerne auch in 2024 mitnehmen. Soviel dazu. Finde ich cool. Muss natürlich immer jeder für sich selber wissen, aber ich habe da auch immer ein gutes Gefühl. Man ist ja immer, also ich aus meiner Sicht bin da auch viel zu selten, meistens wirklich nur Weihnachten, Ostern oder so, aber ich gehe da auch immer mit einem guten Gefühl raus. Muss halt jeder für sich selber wissen, aber finde ich cool. Das war es von mir. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, fürs hier am Start sein. Wir freuen uns auf 2020. Ne, geiles Video, hat wieder Spaß gemacht, kann man immer viel diskutieren. Ich schmeiße euch den Link von den Jungs hier natürlich rein.